Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha BS10 News und endlich gibt es mal etwas zu verkünden. In den letzten Wochen habe ich mich darüber beschwert, dass bei uns nichts passiert und auf einmal geht es blitzschnell und der nächste Neuzugang steht fest. Heute wurde der nächste Neuzugang präsentiert und ich habe dazu einiges zu sagen. Ich möchte auch noch ein bisschen über meinen Spielplan sprechen, heute Vormittag wurde auch noch der Spielplan veröffentlicht und ich würde sagen, verliebe ich so viel Zeit, lasst uns über den vierten Neuzugang in der Sorge sprechen. Wir haben bereits Gustav Christensen, Marius Gersbeck und Fabian Rehes verpflichtet und Neuzugang Nummer 4 ist Jeremy Dudziak. Wir verpflichten Jeremy Dudziak von Greuther Fürth und ich finde diesen Spieler an sich recht interessant. Er ist meiner Meinung nach eigentlich eher offensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch linker Verteidiger sein. Er wurde als linker Verteidiger präsentiert und damit ist es einer von zwei notwendigen linken Verteidigern. Er ist 27 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Hamburg, war lange Zeit in der Jugend bei Borussia Dortmund und hat sehr viel Erfahrung. Insgesamt ist er bereits 156 Mal in der zweiten Bundesliga aufgelaufen, hat dabei 9 Tore und 16 Vorlagen erzielt. Außerdem hat er eine Zeit lang für Greuther Fürth in der Bundesliga gespielt und ich möchte so ein bisschen was mit seinem Spielertyp sagen. Erstmal, für mich ist er eigentlich wirklich eher ein Achter bzw. ein Zehner bzw. ist das die Position, die er in den letzten Jahren eher gespielt hat. Der Linksverteidiger war ja mal früher immer, vor drei, vier Saisons und scheinbar plant man ihn wieder als Linksverteidiger ein und das ist recht interessant. Und das könnte durchaus auch zu seinen Qualitäten passen. Er ist, so wird er beschrieben, als ein sehr kreativer Fußballer. Ein Fußballer, der sehr viele fußballerische Qualitäten mit sich bringt. Das heißt, dass er sehr technisch begabt unter anderem ist und das blieb mir auch so in Erinnerung. Wir haben ja mal unter Taif und Korkut in Greuther Fürth gespielt und 2 zu 1 verloren. Und in diesem Spiel ist für Jeremy Dudziak noch sehr in Gedächtnis geblieben, daher kenne ich den Namen auch so. Denn er hat gegen uns echt überragend gespielt und wenn er an diese Formen rankommen würde, dann wäre er für uns sicherlich eine Verstärkung. Aber dieses Spiel, das war auch von uns ein ganz miserables Spiel. Wir haben damals 2 zu 1 verloren, das war komplett irre. Aber an sich muss man sagen, Jeremy Dudziak ist mir damals erst ein sehr kreativer Mittelfeldspieler aufgefallen. Er kann immer wieder für Kreativität sorgen, mit gefälligen Aktionen. Und hat auch immer wieder seine Scorer-Punkte, schießt seine 2-3 Tore und er hat auch das Tempo, um in der 2. Liga absolut mitzuhalten. Ein gutes Dribbling besitzt er auch, kann gut mit dem Ball umgehen und kann durchaus auf der linken Verteidigerposition überzeugen. Das hat er früher gemacht, seitdem ist er eher wie gesagt ein 8er gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er als 6er durchaus sehr gut funktionieren kann, aber er ist variabel einsetzbar. Und das hört sich doch gut an, denn wir brauchen Spieler, die möglicherweise in der Breite uns helfen. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Stammspieler einplanen würde, denn zuletzt war er wie gesagt nicht ganz so gut. Ihr wisst, in der vorletzten Saison, wo Kreuter Fühl in der Bundesliga gespielt hat, dort war er sehr gut, meiner Meinung nach, unterwegs. Gegen uns war er wie gesagt sehr stark, aber in der vergangenen Saison, wenn man dort auf die Leistungsdaten schaut, die sind jetzt nicht so überrangt. Er hat in der Hinrunde noch für Kreuter Fühl gespielt und hat nur zählend Kurzeinsätze bekommen. Und konnte dort auch nicht so wirklich von sich überzeugen. Also dort hat man gesehen, dass er definitiv einige Probleme hat. Ich komme auch gleich ein bisschen darauf zu sprechen. In der Rückrunde hat er dann in der Zyper League gespielt für Hathia Spor, aber auch dort hat er nicht wirklich überzeugt, denn es gab irgendwie Probleme mit Hathia Spor, dass sämtliche Ergebnisse aberkannt worden sind und dass sie auch Spiele in der Rückrunde teilweise mit 3 zu 0 komplett verloren haben. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dort hat er auf jeden Fall auch nicht von sich überzeugt, großartig. Sein Marktwert ist in den letzten Jahren rapide gefallen. Er war mal lange Zeit auch beim Hamburger SV. 2021 hatte er noch einen Marktwert von zweieinhalb Millionen Euro. Jetzt ist der Marktwert sogar bis auf unter einem Euro runtergefallen. Und man muss eben festhalten, er ist ein Spieler, der fußballrische Qualitäten durchaus hat, der sie mitnehmen kann. Aber die führten Fans beschreiben ihn so weniger als ein Mentalitätsspieler. Er ist so eine Art schön Wetterfußballer. Wenn es gut läuft und wenn er eben auch an seinen Hochform rankommt, dann kann er das Team auf jeden Fall helfen und kann ein Unterschiedsspieler sein. Auf jeden Fall. Aber läuft es schlecht und die Stimmung ist irgendwie beschlagen, dann kann er wirklich untertauchen. Er ist ein Spieler, der wie gesagt nicht wirklich konstant ist. Zumindest konnte er diese Konstanz in den letzten Jahren nicht unter Beweis stellen. Das ist auch so ein Ding, woran er inführt gescheitert ist. Ein, zwei gute Einsätze waren dabei, aber halt eben auch ein, zwei, drei Einsätze, wo man sich nur an den Kopf fassen konnte. Wo er teilweise nicht konzentriert genug war. Von daher, es ist für mich auf jeden Fall ein Transfer für die Breite. Wir brauchen zusätzliche Linksverteidiger. Plattenhardt geht, Mittelstädt geht, Lukas Ulrich hat sich auch verpisst. Von daher ist dort ein zusätzlicher Mann, erfahrener Mann für die 2. Liga. Zum Beispiel Jeremy Duziak, echt eine gute Ergänzung. Wenn man dann diese Position aber nochmal verstärken würde mit einem zusätzlichen Spieler, das wäre mir nochmal lieber. Ich würde mit ihm nicht gerne als Stammlösung reingehen, sondern ihn als Spieler bringen, der Spiele vielleicht nochmal entscheiden kann. Und im letzten Moment als Joker ihn reinbringen. Oder halt eben, wenn zum Beispiel mal ein Spieler im Mittelfeld oder auf der Linksverteidiger Position ausfällt. Er ist variabel. Er kann im Mittelfeld als Achter, Zehner spielen. Er kann auf der Linksverteidiger Position spielen. Und genau solche Spieler suchen wir. Er kann den Unterschied ausmachen. Aber wie gesagt, er ist nicht gerade der Mentalitätsspieler. Das andere Ding ist auch noch, dass er teilweise recht verletzungsanfällig ist. Er in den letzten Saisons hat sich etwas berühmt, aber teilweise war er halt eben dafür bekannt, dass er wirklich mal so alle 2, 3 Wochen einfach mal ausfällt. Dass er einiges an Training verpasst. Dass er möglicherweise auch recht oft krank ist. Oder dass er halt verletzt ist, irgendwas an den Füßen hat. Das war wie gesagt in der letzten Saison nicht ganz so dramatisch. Aber zumindest in den Saisons davor, zum Beispiel in der Bundesliga, hat er öfters einfach mal Spiele verpasst. Aber trotzdem, jeder Spieler kriegt von mir eine Chance. Und ich gebe auch Dudziak natürlich eine Chance. Ich bin einfach nur froh, dass wir einen Spieler verpflichtet haben. Wir haben einen Spieler verpflichtet. Und das hätte ich nach den letzten Wochen nicht gedacht. Vor allen Dingen, dass es so schnell geht. Er hat fußballerische Qualitäten, hat eine geniale Technik. Also das sah ja gegen uns überragend aus. Gegen uns macht er, wie gesagt, eh jeder Spieler sein bestes Spiel. Hat Trippling, hat Tempo. Und kann durchaus nach vorne auf die Linksverpackung der Position atmen. Und wir brauchen noch solche Spiele in der 2. Liga. Aber teilweise wird ihm nachgesagt, dass ihm der Kampf und der Wille und vielleicht auch so ein bisschen der Ehrgeiz fehlt. Ich hoffe, dass er das bei uns etwas besser macht. Dass er vielleicht an uns an bessere Zeiten anküpft, an seine ältere Form anknüpft, die er vor allen Dingen zu Hamburger Zeiten hatte. Denn dort war er definitiv einer der besseren Spieler. Gut, in Fürth hat er sich nicht durchgesetzt. Und Fürth ist jetzt, sagen wir mal, ein Zweitliga-Verein mit uns. Auf Papier, finde ich, ist der Transfer nicht ganz so stark. Aber er hat das Potenzial, durchaus einzuschlagen. Und ich denke mal, dass wir auch nicht so viel für ihn bezahlt haben. Fürth, da war er ja eh eher auf der Streichdisk. Von daher denke ich nicht, dass wir eine hohe Ablösung für ihn bezahlt haben. Und als zusätzlicher Transfer für die Breite, als Rotationsspieler, muss man das machen. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ich bin, wie gesagt, offen sowieso für was Neues. Mal sehen, Dardai formt ja sowieso aus eher offensiveren Spielern, so Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Das kann er ganz gut. Also von daher, gucken wir mal, was alles passiert. Ich habe gerade noch eine Information herausgefunden. Ich habe ja vorhin gesagt, dass er bei der Rückrunde in der Türkei bei einem Verein gespielt hat, und zwar bei Hatjaspor. Da war der Grund, warum der Verein dann, wie gesagt, nicht mehr angetreten ist für den restlichen Spielen ganz einfach. Dort war ja diese riesige Erdbebenkatastrophe und dort konnte er sich dann auch nicht mehr durchsetzen, denn Hatjaspor hat sich erst mal wegen dieser verheerenden Katastrophe aus dem Fußball zurückgezogen. Daher, um meine Informationen von gerade eben nochmal etwas zu korrigieren. So, lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt. Und jetzt sprechen wir über Thema Nummer 2 des Tages. Es geht nämlich um den Spielplan. Ich blende euch das Ganze jetzt einfach mal ein. Kommen wir uns das mal an. Am ersten Spieltag starten wir gegen Fortuna Düsseldorf auswärts. Und da kommen wir direkt schon wieder zur Sache, die mich so ein bisschen nervt an dem Spielplan. Wir starten mit einem Auswärtsspiel und die Saison endet am 34. Spieltag auch wieder mit einem Auswärtsspiel. Und das sogar in Osterbrück. Finde ich nicht ganz so geil. Die letzten Saisons war es immer das Gleiche. Ich hatte eigentlich mal gehofft, dass wir ein Heimspiel zu Anfang und zu Ende haben. Aber, naja, scheinbar kriegen das eh nur andere Vereine. Danach gibt es ein Heimspiel gegen Wien Wiesmann. Ich muss sagen, als Heimauftakt jetzt auch nicht so ein attraktiver Gegner. Aber, nun gut, sei es drum. Dann gegen Hamburg, Gräuterführt, Magdeburg, Braunschweig, Kiel, St. Pauli, Schalke, Nürnberg, Paderborn, Rostock, Karlsruhe, Hannover. Was ist das denn für ein Logo? Achso, Elversberg, Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück. Man muss sagen, wie gesagt, ich finde den Spielplan an sich sehr ausgeglichen. Also, wir haben nicht so viele Top-Duelle auf einen Haufen, sondern man hat immer gute Gegner und dann hat man dazwischen aber auch so ein paar Gegner, wo es vergleichsweise etwas einfacher ist. Zum Beispiel jetzt Schalke. Wir spielen erst gegen Schalke und danach, wo es etwas einfacher ist, gegen Nürnberg. Ich finde, es gibt die Möglichkeit, in jedem Saison am Schnitt Punkte zu holen. Ich finde sogar, der Schluss ist etwas einfacher gerichtet. Dort gegen Elversberg, Kaiserslautern und Osnabrück. Da hat man die Chance, nochmal gut Punkte aufzuholen beziehungsweise dann auch nochmal Punkte sich oben festzusetzen. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Ziel Aufstieg attackiert wird, dass man genau daran arbeitet. Also, ich finde, wie gesagt, das Team, wenn wir jetzt die Transferphase weiter beobachten, ist auf jeden Fall in der Lage, aufzusteigen. Und das muss auch das Ziel sein. Ich finde, wir haben eigentlich mit Hertha BSC den Anspruch, in der ersten Liga zu spielen. Ich bin gespannt, wie wir es dann umsetzen. Wir wissen ja noch gar nicht so richtig, wie der Kader ist, aber selbst wenn jetzt einige Spieler drohen, wegzugehen, und das ist ja klar, Toussaint, Luque Bacchi und so weiter und so fort. Ja, trotzdem finde ich, dass wir, wenn wir uns schlau verstärken, und dann müssen wir abwarten, ob wir das tun, auf jeden Fall die Möglichkeit haben, weiterhin in der ersten Liga zu spielen, beziehungsweise wieder aufzusteigen. Hamburg und Schalke sind, wie ich finde, Konkurrenten, die es momentan sehr, sehr gut machen. Es gibt noch einige andere Vereine, die uns das Leben auf jeden Fall sehr schwer machen. Ich denke da vor allen Dingen an St. Pauli oder zum Beispiel an Fortuna Düsseldorf. Meinetwegen können wir auch noch Paderborn zu den Aufstiegskandidaten dazuzählen, die auf jeden Fall das Potenzial haben, ja, Platz 3 oder 2 anzuvisieren. Von daher, es wird oben sehr, sehr eng, aber wir haben auf jeden Fall das Zeug, das zu schaffen. Das ist so mein aktueller Standpunkt dazu. Wie es dann wirklich läuft, das können wir eh erst wissen, wenn dann in einem Monat die Saison losgeht. Mit Düsseldorf haben wir am ersten Spieltag, direkt im Juli, ja, so ein Spiel, wo wir direkt wissen, wo wir stehen. Und das finde ich vielleicht gar nicht mal so übel, auch wenn es auswärts ist. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, dies wird euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt den Tag, schönen Abend euch noch und tschüss. 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 Tschüss.